Moin Leute, alle behaupten immer, dass erneuerbare Energien den Strompreis senken und es gibt zwei Diagramme, die mich daran zweifeln lassen und deswegen möchte ich heute meine Stochastikkenntnisse nutzen, um das einfach mal selbst zu analysieren und zwar geht es mir um die Fragestellung, wenn erneuerbare Energien den Strompreis senken, warum haben wir dann die dritthöchsten Verbraucherstrompreise in der EU und auch Dänemark mit 68% erneuerbarer Energien die vierthöchsten, also irgendwas stimmt da nicht und dazu habe ich die Daten der letzten acht Jahre aus Energycharts verwendet und diese mit einem multivariaten, anisotropen, erwartungstreuen Gauss-Prozess analysiert Zusätzlich will ich euch aber auch zeigen, wie schwer es eigentlich ist, solche Daten und statistischen Modelle aufzustellen und vor allem sie zu interpretieren und ich werde absichtlich Bullshit einbauen, der total glaubwürdig ist und sogar den Daten entstammt und natürlich werde ich dann aufklären, wie das funktioniert und wo ich das getan habe aber so könnt ihr vielleicht ein bisschen verstehen, wie man auch solche Dinge eigentlich faken kann, denn das ist sehr, sehr spannend und ich bin mal mega gespannt, ob ihr die Stellen findet, also los geht's Woher kommen meine Zweifel? Im Prinzip sind es wie gesagt diese zwei Diagramme und fangen wir mal mit dem ersten an Ihr seht hier links, dass der Strompreis, wie er an der Börse gehandelt wird, also nicht so wie ihr es kennt pro Kilowattstunde, sondern pro Megawattstunde und 300 Euro pro Megawattstunde würden jetzt hier zum Beispiel den 30 Cent, wie ihr sie kennt, entsprechen Es kämen allerdings noch Abgaben und Steuern und so weiter obendrauf, das heißt das hier ist jetzt wirklich der reine Erzeugerpreis sozusagen Warum ich den Börsenstrompreis nehme? Weil die vergleichbarer sind, weil wir sehen wollen, was kostet es wirklich in der Erzeugung und wir wollen jetzt nicht irgendwelche Faxen wie Steuern und so weiter da reinziehen, weil dann macht es das Ganze noch komplizierter Auf der x-Achse seht ihr jetzt hier den Anteil an erneuerbaren Energien und das hier sind jetzt reale Daten von Energycharts und zwar von 2015 bis heute Jeder Punkt ist ein Monat, sondern was ihr jetzt hier sehen könnt, ist eigentlich nichts Ich sehe nämlich nicht so recht, dass bei steigendem Anteil an erneuerbaren Energien der Strompreis sinkt Wenn ich hier sogar den Trend einzeichne, ihr seht diese Linie, dann geht der sogar nach oben Und das fand ich jetzt merkwürdig, also ich sehe es jetzt hier zumindest nicht so eindeutig, dass ich sagen würde, alles klar, ich bin mir total sicher Was aber auffällt, sind die krassen Preise hier oben, also in diesem oberen Bereich Und das war natürlich 2022, als die Gaspreise so sauhoch waren durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Wir brauchen hier also eine Auswertung, die diese Dinge auseinander dividieren kann Also das heißt zum Beispiel den Anteil erneuerbarer Energien und auch den Gaspreis, dass das irgendwie auseinanderziehen kann Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, das könnt ihr euch vorstellen Zufälligerweise habe ich aber genau in sowas meine Doktorarbeit geschrieben und deswegen können wir uns das heute auch mal ansehen Okay, aber was war noch? Ich habe ja von zwei Diagrammen gesprochen Jetzt gucken wir uns das zweite noch an, was mich auch zweifeln lässt Und das hier sind die Strompreise in den verschiedenen EU-Ländern im ersten Halbjahr 2023 Und Deutschland ist echt krass weit oben, also wir haben eine der höchsten Strompreise für Privatverbraucher überhaupt Und was ich auch krass finde, Dänemark eben auch Und das kommt direkt nach Deutschland, obwohl Deutschland 40% Erneuerbare hat und Dänemark sogar 68% Also die haben wirklich einen hohen Anteil an Erneuerbaren, wir auch Wenn das so billig macht, warum ist unser Strom dann so teuer? Also die Frage darf man ja stellen Kurzer Einschub nochmal, ihr wisst ja, dass wir sehr stark für die Vereinfachung von Balkonkraftwerken kämpfen Und da gab es jetzt wirklich leider einen großen Rückschlag, das heißt hier wurde stark lobbyiert Und wir werden sehr bald eine Folge dazu machen und das alles nochmal aufklären Also abonniert den Kanal, um das Ganze nicht zu verpassen Okay, fangen wir erstmal mit den Haushaltspreisen an, denn dafür brauche ich noch keine krassen Statistikmodelle Denn das ist relativ schnell und einfach erklärt, zieht euch das hier rein Also, das kennt ihr schon, auf Platz 1 war ich echt überrascht, die Niederländer Ich dachte immer, die hätten relativ viel Erneuerbare, weil wenn man da durchfährt in den Urlaub, sieht man überall Windräder und alles mögliche Witzigerweise erzeugen die ihren Strom aber größtenteils aus Gas und haben mit 25,6% relativ wenige Erneuerbare Energien im Strommix Okay, aber egal, das interessiert uns jetzt nicht Was ist mit uns, also Deutschland und Dänemark, denn wir beide haben eigentlich ziemlich viele Erneuerbare Energien im Strommix Warum sind die scheiß Preise so hoch? Also, zieht euch mal die andere Grafik hier im Vergleich rein So, und ihr seht, das ist dasselbe Ranking, also ich habe alles gleich gemacht Der Unterschied ist, das sind die Börsenstrompreise Also irgendwelche Subventionen, Abgaben, Verstaatlichungen, Steuern und so weiter Das sind alles nicht dabei, ja, das sind die Erzeugungskosten mehr oder weniger Und damit lassen sich verschiedene Länder deutlich besser vergleichen So, und Deutschland liegt jetzt hier sogar eher im unteren Durchschnitt Und Dänemark sogar noch einen Platz tiefer Also jetzt seht ihr, hier sieht das Bild total anders aus Das ist eigentlich super krass, finde ich Naja, was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass unsere Strompreise in der Erzeugung eigentlich ganz gut sind Nur kommt es einfach nicht bei euch an Packen wir nochmal dazu, wie viel Erneuerbare Energien jedes Land im Mix hat Und das seht ihr hier, das sind jetzt diese roten Balken, die dazugekommen sind Und die geben an, wie viel Prozent Erneuerbare im Strommix sind Bilde mir jetzt hier eine leichte Steigung an Also bei mehr Erneuerbare Energie einen geringeren Strompreis Aber so richtig gut sieht man das nicht, muss ich auch ehrlich sagen Ich würde jetzt nicht sagen, auch hier bin ich mir total sicher Deswegen sparen wir uns das jetzt und prüfen das Ganze nochmal ein bisschen genauer Eben haben wir ja dieses Bild gesehen und darauf kann man gar nichts erkennen Also man sieht eigentlich nur einen riesen Streuselkuchen sozusagen Und deswegen habe ich hier mal ein geeignetes Modell aus meiner Statistik-Trickkiste geholt Und möchte mal sehen, wie dieses den Einfluss der Erneuerbaren ohne den Gaspreis Und ohne den Einfluss von Kernkraft und ohne den Einfluss von Fossilen bewertet Und das kam dabei raus Unten seht ihr jetzt den Anteil der Erneuerbaren in Prozent Müsstet ihr nochmal 100 rechnen, falls ihr das nicht kennt Also 0 sind dann 0% und 1 wären 100% Ich hatte jetzt keine Zeit, das alles noch umzufummeln, deswegen verzeiht mir das Aber die Fehlerbalken, die ihr hier seht, das sind zum Beispiel auch wirklich Fehlerbalken Also das heißt, wenn der groß ist, bedeutet das, dass er sich unsicher ist Und das ist eine der ersten Statistik-Lektionen Solche Modelle bzw. deren Ergebnisse und auch bei ganz vielen anderen Modellen, die es so gibt Sind in meinen Augen ohne Unsicherheitsangabe eigentlich ein Dreck wert Und ich zeige euch gleich auch mal ein Beispiel, wieso eigentlich Okay, aber was sehen wir jetzt hier? Wir sehen schon sehr deutlich, dass der Einfluss der Erneuerbaren in den letzten 8 Jahren sehr deutlich war Nach dem Gaspreis ist das hier tatsächlich der zweithöchste Einflussfaktor, den ich finden konnte Und das fand ich schon erstaunlich Was man jetzt dazu sagen muss, natürlich sehen die Modelle auch nicht alles Also klar, es gibt noch Dinge, die nicht berücksichtigt sind Also es ist einfach nicht alles im Strompreis abgebildet, das ist halt so Dazu komme ich aber nochmal am Ende und werde auch sagen, welche Dinge das sind, damit ihr das besser einschätzen könnt Aber die Aussage, dass in den letzten 8 Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien Einen positiven Einfluss auf unseren Strompreis hatte Das ist zulässig, also das kann man hier definitiv sagen Und das kommt hier auch ganz klar raus Das hier ist jetzt der Einfluss von fossilen Energien ohne Gas auf unseren Strompreis Der letzten 8 Jahre Okay, ganz klar, die Fossile senken den Preis Wer hätte das gedacht? Also so Dinge wie Braunkohle und so weiter scheinen den Preis zu senken Bullshit Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt Aber ich habe euch hier jetzt schon verarscht Ich blende mal die Fehlerbalken nämlich mit ein Das habe ich hier absichtlich rausgelassen, damit ich euch mal zeigen kann, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man das nicht tut Wenn ihr das jetzt seht, dann merkt ihr, ist doch nicht so klar Eigentlich kann man hier nur sagen, wenn man die Fehlerbalken noch sieht, dass das Modell sich hier mehr als unsicher ist Und die Steigung, die man dort erkennt, die ist auf jeden Fall innerhalb, also ganz weit innerhalb der großen Fehlerbalken Zudem habe ich auch noch die Y-Achse mega groß skaliert Das heißt, die zeigt eigentlich nur so einen ganz kleinen Bereich Die Schwankung ist eigentlich auch viel kleiner Also es sieht hier auch nochmal viel krasser aus, als es eigentlich ist Und deswegen sind Unsicherheiten so unfassbar wichtig Es ist wirklich schwer, diese zu berechnen Das muss ich sagen Und in manchen Modellen ist es nahezu unmöglich Aber man sollte, wenn es irgendwie geht, das tun und die auch mit angeben Zurück zum Thema Warum war sich das Modell hier eigentlich so unsicher? Weil die Fossilen ohne Gas einfach immer sehr konstant waren Also in den letzten acht Jahren Also zum Beispiel immer irgendwie um die 30% liegen und einfach wenig schwanken Also kann das Modell auch nichts erkennen Und das ist das Problem Dazu müsste sich einfach mehr ändern Also ohne Änderung in den Daten kann das Modell halt auch einfach nicht viel sehen Und das Modell macht hier also alles richtig und so zeigt uns das auch Hier ist es einfach nur sehr, sehr wichtig, dass man es sagt, versteht und auch richtig interpretiert Wir wissen es hier also einfach nicht Das ist eigentlich die einzige zulässige Aussage, die das jetzt hier irgendwie zu bieten hat Und der Einfluss scheint begrenzt Aber mehr können wir nicht sagen Ich habe aber noch mehr für euch Was hat der Gaspreis eigentlich für einen Einfluss auf unseren Strompreis? Das finde ich wirklich spannend Denn das ist ja super wichtig Weil beim Gas sind wir total abhängig von anderen Ländern Und das macht uns ja angreifbar So, das seht ihr jetzt hier Das ist krass Also das ist wirklich krass Dann zieht euch hier mal die Y-Achse rein Diese geht nicht bis 220 hoch, so wie ich es eben gemacht habe, sondern bis 500 Also wenn der Gaspreis zum Beispiel 100 Euro die Megawattstunde beträgt Betrug der Strompreis in Vergangenheit circa das Doppelte Und das wirklich durch die Bank weg Die Abhängigkeit zwischen Strompreis und Gaspreis ist also sehr, sehr, sehr stark Das kann man hier ganz klar sehen Und ich kann auch sagen, dass es keinen Faktor gab, den ich hier untersucht habe Der mehr Einfluss auf unseren Strompreis hatte als das Und die Unsicherheit ist hier ebenfalls sehr klein Also der Gaspreis hat hier auf jeden Fall einen wahnsinnig starken Einfluss Auf unsere Strompreise Und ob das so geil ist Auf keinen Fall Machen Im- und Exporte eigentlich irgendwie den Strompreis teuer oder billig Oder keine Ahnung Haben die irgendeinen Einfluss? Ihr seht jetzt hier Der linke Part von dem Bild ist quasi der Export Und der rechte, also die Werte über 0 auf der X-Achse Die stehen für Import Man kann hier tatsächlich sehen, dass da durchaus ein Einfluss stattfindet Und Importe unseren Strompreis leicht anheben Aber hier auch eine große Unsicherheit natürlich Also wie gesagt Aber ich denke, dass das hier immer noch statistisch signifikant ist Also wir sind immer noch in einem Bereich, der spannend ist Was man aber auch sagen muss Das muss ich jetzt auch zugeben Warum das in der Vergangenheit so war, weiß ich nicht Auch das gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten Und das sollte auch man eigentlich ehrlich sagen Wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man das auch genauso betiteln Und hier ist es der Fall Also es ist total spannend Wir können auch mega gerne darüber diskutieren Bitte schreibt eure Meinung zu dem Punkt Vielleicht kommen wir den Hintergründen gemeinsam auch etwas näher Jo, macht Kernkraft den Strompreis teuer? Ist auch eine interessante Frage Gucken wir uns das mal an Super spannendes Bild Kernkraft hat keinen Einfluss auf den Strompreis Ne, auch hier würde ich euch jetzt wieder belügen Wenn ich das behaupten würde Was ist da passiert? Ja, ganz einfach Also in Deutschland hatten wir in den letzten acht Jahren Einfach immer einen sehr kleinen Anteil an Kernkraft im Strommix Und wenn der Anteil klein ist So ist auch sein Einfluss auf die Strompreise gering Und zwar so gering, dass die Modelle ihn einfach nicht herausfiltern konnten Und genau das sagen die uns damit auch Die einzig richtige Aussage die man hier treffen kann ist Wir kennen den Einfluss nicht Die Daten sind hier nicht ausreichend Oder genauer gesagt die schwanken nicht ausreichend genug Um eine Aussage zu treffen Möglicherweise ginge es Wenn man auch andere Länder mit höheren Kernkraftanteilen mit einbezieht oder so Also das wäre hier auch wieder eine 1a Gelegenheit gewesen Um irgendwie Stimmung zu machen Und das sehe ich auch wirklich häufig Dass sowas passiert Und das finde ich auch traurig Deswegen kläre ich euch hier mal so ein bisschen auf Wie man sowas eigentlich machen kann Damit ihr da vielleicht eine Idee von bekommt Okay, aber vielleicht sehen wir was in der Kombination Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Ich mache mal Kernkraft drauf und Erneuerbare oder Gas runter Und dann schauen wir mal ob da irgendwas passiert Also wenn wir jetzt mal annehmen Wir erhöhen die Kernkraft und senken dafür gleichzeitig irgendwie die Erneuerbaren ab Was passiert denn dann eigentlich? Dann seht ihr hier auf der x-Achse den Anteil an Kernkraft in Prozent Und der Preis steigt offensichtlich Und Kernkraft macht also teuer Die Unsicherheit aber natürlich groß Aber trotzdem sehen wir hier irgendwas Und schauen wir uns auch mal an Was passiert, wenn ich Gas durch Kernkraft ersetze Also ich habe jetzt quasi Erneuerbaren bleiben konstant Und ich sage jetzt, ich schraube Kernkraft hoch Dafür Gas runter Okay, jetzt fällt der Preis Das ist tatsächlich fast genau dieselbe Grafik Und wie kann das jetzt eigentlich sein? Also wie habe ich euch jetzt hier verarscht? Denn eben hatte die Kernkraft doch gar keinen Einfluss Also das ist doch irgendwie Käse Ich hatte eben eine mit konstant Vorauf, runter Jetzt habe ich alles erzeugt, was ich will Und das ist jetzt wirklich ein fieser Trick Denn ich habe hier jetzt einfach eine Dimension rausgelassen Und zwar den Anteil an Gas Oder den Anteil an Erneuerbaren Den seht ihr hier einfach nicht Der ist aber da Der wäre quasi eine Achse, die nach hinten zeigt Das heißt, wir müssten hier eigentlich ein dreidimensionales Bild zeigen Die Kernkraft hat ja, wie ich euch eben gezeigt habe Gar keinen Einfluss auf das Modell Und deswegen ist es auch völlig scheißegal, was ich da einstelle Also hier konnte ich jetzt wirklich tricksen Also das heißt, was wir hier sehen Ist gar nicht der Einfluss der Kernkraft Sondern im Hintergrund wäre das der Einfluss An fossiler Energie Oder der Einfluss an Erneuerbaren Den wir hier sehen Aber man könnte hiermit tatsächlich ein Bild fälschen Und es wäre nicht mal falsch Aber es würde ein vollkommen falsches Bild bei euch erzeugen Und das Problem ist, dass bei vielen statistischen Auswertungen Wird genau das falsch gemacht Es werden Dimensionen vergessen Oder einfacher gesagt Dinge, die Einfluss haben auf so eine Statistik Die werden schlichtweg vergessen Gar nicht bedacht Oder ich weiß nicht Es ist nicht mal immer bösartig Aber das ist oft so komplex Dass man viele Dinge auch einfach gar nicht sieht Und deswegen sollte man mit sowas Sehr, sehr, sehr vorsichtig sein Also gerade wenn es um so statistische Auswertungen geht Ja, was ist jetzt das Fazit Und was ist in meinen Modellen eigentlich gar nicht enthalten Also meine Modelle haben natürlich nicht alles abgedeckt Sie haben nur den statistischen Einfluss vom Erzeugeranteil an Gas Fossile ohne Gas Erneuerbare und den Gaspreis hergestellt Das heißt indirekte Kosten Wie jetzt zum Beispiel bei Entlagerung von Atommüll Gesundheitsschäden durch Kohlekraft Anstehende Netzausbaukosten für die Energiewende Speicherausbau Subventionen und so weiter Das ist alles nicht drin Und das kann ich auch nicht so einfach modellieren Zumindest nicht mit meinen beschränkten Mitteln Und ich sage das auch ganz ehrlich Es ist ja gar kein Problem Denn dennoch kann man hier sicherlich einiges sehen und auch zeigen Was den Strompreis bisher wirklich beeinflusst hat Und in welche Richtung und was nicht Und wo man auch vielleicht gar nichts messen kann Weil es hier einfach gar nicht möglich ist Auch das ist, finde ich, eine sehr wichtige Aussage Ja, weil die viele Debatten damit per se einfach beenden würde Weil man sagen kann, ich sehe da nichts Es ist nicht messbar Zudem habe ich die ganzen Sachen selber aufgestellt Und konnte euch jetzt hier auch einfach mal zeigen Wie man mit sowas umzugehen hat Oder wie leicht sich auch solche Aussagen in irgendwelche Richtungen fälschen lassen Oder halt total falsch interpretieren lassen Und ich hoffe, dass ihr hier so ein bisschen was über Statistik lernen konntet Das war eigentlich so mein Hauptziel Das war jetzt vielleicht auch wichtiger in der Folge Als das eigentliche Thema Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch irgendwie ein bisschen gefallen hat Bis dahin, macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao